Yo, Golffreunde! Moin! Wir werden es tun. Wir werden Golf spielen mit Lars. Und das hier ist unsere erste Strecke. Mit Linksklick können wir tatsächlich unseren Golfschläger beschwören. Und dann können wir einen kleinen Putt machen. Oh nein, das hat nicht gereicht. Oh Gott. Man muss auf die ganz andere Seite da schlagen, Lars. Achso, ich bin jetzt dran, ne? Achso, schlagen wir immer nacheinander? Ne, wir schlagen zusammen. Oh, Leute, du bist runtergefallen. Oh, du bist ins Wasser. Oh, okay, da muss man stark genug schlagen, um auf die andere Seite zu kommen. Alter, sind das hier viele Donuts? Oha! Oha, Junge! Ich geh als erster rein. Ja! Oh, ich hab ein Par. Jetzt kann ich dir zusehen. Okay, ich muss es noch lernen. Ja, ja, du musst da jetzt nur langsam reinkommen. Okay, das war das erste Hole, was wir gespielt haben. Boogie hab ich. Da hab ich einen Schlag weniger gebraucht. Okay, let's go. Was müssen wir hier machen? Zur Seite. Ich glaub, das sind so zwei Schläge. Da muss man hier um ein paar Cupcakes herumschlagen. Man muss... Hä, was? Oha, ich wurde einfach resetet? Warum? Oha, oha. Ich bin jetzt wieder da. Okay, zwei. Der erste, der... Ich schlag zuerst. Ah. Ich bin drin. Par. Oh! Nein! Nein! Du hast so einen Jump gemacht. Man muss sich da voll an die Dings gewöhnen, gell? An diese... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Da hast du fast zu schwach geschlagen. Juhu! Aber das war so gewollt, gell? Ja. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ja voll die Rampe. Okay, let's go. Oh nein! Oh mein Gott! Ich bin auch nicht hochgekommen. Ich bin wieder zurückgekommen. Du kannst übrigens mit R kannst du auch schnell resetten, falls du das machen willst. Ach krass, okay. Genau. Wow! What, 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 what? Lars, du musst volle Kanone machen. Mach volle Kanone. Ich hab volle Kanone gemacht, aber... Ne, mach richtig, richtig Maximum. Bis du den Schläger nicht mehr siehst, ganz weit hinten so. Oh! Und dann fliegt man... Alter, hier ist so ein drehendes Baguette so. Das ist ein Brot! Ja mal hier. Gib uns einfach Brot! Gib uns einfach Brot! Wir haben wirklich Hunger und wir brauchen wirklich Brot! Steilvorlage mit dem Brot. Oh! Nee! Einfach um die Ecke geschlagen! Einfach um die Ecke geschlagen! Oh! Oh nein, Lars! Ah! Oh nein! Oh nein! Wo bin ich denn jetzt? Ja, okay, jetzt hast du da so einen kleinen Respawn-Punkt. Komm, du schaffst das. Ja, komm, Alter! Das sind ganz schön viele Schläge, die du da brauchst, Kumpel. Das ist, glaub ich, jetzt schon dein Siebter. Sieben Schläge waren das. Aber ist noch okay. Triple Boogie hab ich. Boogie. Du spielst das Spiel auch zum ersten Mal. Deswegen. Ja, du auch, oder? Ich hab einen neuen Test angespielt. Achso. Aber nicht die Karte, sondern eine andere. Zack! Ich hab mich schon ein bisschen mehr... Oha! Ja! Ja! Oha! Oh man, ich dachte das war's schon. Oh, ich fall auch rein. Okay, ich hab auch nur... Okay. Oha, du bist ja richtig weit vorne. Was geht hier ab? So. Zack! Oh! Oh! Dann muss man hier richtig drum herum schlagen. Man kann übrigens auch... Hä? Ich zeig das mal gleich beim nächsten Mal. Boah! Wo sind wir? Man kann mit V übrigens gucken, wo wir sind. Und ich hab das Gefühl, wir sind... Ah! Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Hier geht's ja gar nicht weiter. Müssen wir den Gong schlagen vielleicht? Oh, lol! Digga! Oh mein Gott, was? Was passiert hier? Lars, du musst zu der Pflanze gehen. Was? Oh mein Gott, was? Lars, du musst zu der Pflanze gehen. Die Pflanze frisst dich dann. Die frisst... Oh! Und dann schmeißt du dich hierher. Und dann kannst du hier... Woher soll ich das denn wissen? Hahaha! What? Ich bin auch grad nur dazwischen geflogen aus Versehen. Lol! Oh! Ey, Mann! Da hast du wieder einen kleinen Hopser gemacht. Was? Seit wann kann denn eine Pflanze einen in so einem Golfspiel einfach fressen? Haha! Och, Junge! Einmal schon wieder dasselbe! Oh mein Gott! Komm, Lars, konzentrier dich! Ganz leicht schlagen! Das mit der... Oh! Hä? Aber warum ist das denn so dumm... Ja! Du hast es! Das ist voll komisch mit der... Du kannst diese Kraft gar nicht einschätzen, wie du dich schlägst. Ich glaub, du hast einfach nur einen zitternden Arm. Übrigens, wenn du V drückst, Lars, kannst du die Karte sehen. Da siehst du circa, wo du hin musst. So, einmal hier! So, Delle! Hä? Hä? Ich bewege mich noch. Man muss jetzt da hoch irgendwie. Ja, ich bewege mich auch noch. Guck mal, da muss man gleich diese Schanze hier hochfahren. So! Oh nein! Oh nein! Ich bin so... 5 Punkte oder was? Unlucky gelandet. So, einmal... Komm schon! Ich halte irgendwie nicht an jetzt. Oh! Oh! Oh, bitte! Bitte bleib drauf! Oh, oh, okay! Ich bin oben! Kommst du auch hoch? Oh, da kommt er! Da kommt er! Ui, zack! Rinde, das Ding! Birdie! Lars, du hast einfach schon zu starken Schwung geahm. Du musst ganz vorsichtig, aber nicht zu vorsichtig, sondern du wirst die Mitte treffen. Los, Lars, du schaffst es! Los, Lars, du schaffst es! Oh! Ja! Ich hab's jetzt, glaube ich! Ich glaube, jetzt habe ich's! Ganz original! Ich glaube, ich hab's jetzt, weil... Oh Gott! Ich glaube, wir müssen uns hier wieder von einem Monster fressen lassen. What the fish! Friss mich, friss mich, friss mich! Jawoll! Frisst du's mich auch? Hä, wo jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich bin auch gefressen! Was passiert? Hä? Der hat mich nicht gefressen, der hat mich einfach nur weggeboxt! Hä? Bist du nicht auf dieser Insel hier gelandet? Nein, der hat mich einfach nur weggeboxt! Bist du? Bist du doch gerade im Wasser einfach gelandet? Nee, ich bin schon auf der Insel. Und dann kann ich jetzt hier... Buh! Und renn das Ding! Yeeha! Oh! Hä? Du musst einen Monsterschlag wieder machen, um zu diesem... Es war... What the fish! Jetzt frisst er dich! Safe! Ah, nee! Null! Du musst direkt auf ihn zufliegen! Du musst direkt in die Richtung von dieser Pflanze! Moin, Pflanze! Was geht ab, Mann? Gib der Pflanze genau diesen... Diesen... Einen... Äh... Angle! Damit die dich fressen kann! Uh, das sieht gut aus! Jetzt kriegt die dich! Jetzt... Oha! Du bist einfach so auf der Insel gelandet, Mann! Bei Absicht! Du bist so ein Pro! Du brauchst nicht mal die Pflanze! Alter, sowas hab ich noch nie gesehen! Wow! Oh, Mann! Da war der Arm wieder so stark! Schafft das diesmal? Uh! Oha, der war sauber! Ich hab wirklich gedacht gehabt, dass du da jetzt wieder drüber fliegst! Aber der ist echt sauber! Ich dachte das auch kurz! Oh, mein Gott! Was geht hier ab? Einfach volle Pulle! Oh, mein Gott! Oh, oh, oh! Komm schon! Der Erste, der Erste! Ah, komm, warte! Nein! Bleib stehen! Oh! Nein! Nein! Der Erste! Ich will der Erste sein! Komm, bleib stehen! Oh! Ja, okay! Es war circa gleich! Aber wir haben beide drei Schläge gebraucht! Free Strokes! Okay! Okay! Let's go! Oh, mein Gott! Ihr habt zu schwach geschlagen! Oh nein, oh nein! Wir müssen da in so ein Loch reinschlagen, gell? Ja, ja! Oha! Oha! Das war einfach so ne Dings! So ne Röhre! Wie krass war das denn? Ne Röhri! Ne Röhri! Buuu! Oh! 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 Okay! Alter, ist das hier ein Looping, den man hier machen muss? Tatsächlich! Mach mit ganzer Gewalt! Juhu! Oha! Oha! Ich wurde wieder von der Pflanze gefressen! Was geht hier ab? Und sie wirft mich wieder auf eine neue Insel! Hä? Was? Ich bin einfach... Bist gerade einfach in den Baden gegangen! Wieso? So, jetzt gibt's von mir nochmal hier einen kleinen... Zack! Oh nein! Jetzt hab ich den Lars gemacht! Oh nein! Ne Mann, ich hab schon acht! Ne, oder? 100! Und... Mit Schmuggels! Wie viel hast du gehabt? Elf Stück! Ich hab... Ich hab... Gar nicht! Ich hab vier! Jo, wahrscheinlich vier! Was ist das denn? Oha! 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 Alter! Ich hab's nicht geschafft! Ich bin einfach auf dem Wasser! Oh mein Gott! Man kann hier flippen einfach! Hä? Ist das das schon gewesen? Lol! Hole in One! Wie jetzt? Du hast ein Hole in One geschlagen? Ja, Mann! Oh! Das hab ich noch nie geschafft! Oh mein Gott! Spring drauf! Oh! Gut! Ich glaub, das ist aber ne perfekte Karte gewesen, um Hole in One zu machen! Ich hab drei gebraucht! Alter, Lars! Das ist nicht krass! So, wo muss man denn hier hin? Hä? Ist das nicht dasselbe, wie wir's schonmal hatten? Äh... Chill mal, vielleicht! Woppa! Okay, ich probier einfach mal auf den Lag! Mich hat die Pflanze einfach nicht getroffen? Was soll denn das, bitte? Los, fang mich! Jetzt erzähl! Jetzt erzähl! Ach nee, das ist ne andere Karte! Das ist wieder so ein ähnliches System, wie grad vorhin! Nur, dass man jetzt auf ne anderen Insel landet! Die ist jetzt so ein bisschen anders gestaltet, so weißt du, vom Design! Schön! Und jetzt da rein! Ja! Kacke! Reinschläge! Birdie! Man kann halt... Guten Abend, Birdie! Warte, man kann halt einfach, wenn du so machst... Warte, guck mir mal kurz zu! Ich schau dir zu! Spring! Kannst du so? Oh, du hast wieder so einen seitlichen... Auf das andere Loch, meinst du? Ja, warte, du kannst halt... So mit... Mit voller Kraft! Wo? Und wo landest du dann? Einfach auf der anderen Karte?! Einfach auf der anderen Karte! Aber ich glaub da müsste dann? Hä! Ach so, das ist ne andere Karte?! Du musst einfach nur wieder zur Pflanze, springen, die Pflanze frisst dich dann! Dödödödöd! Alter, wie sieht diese Pflanze eigentlich von innen aus! Junge, Junge, ist die eklig aus! Ist das Wack! Oh Gott, ist das eine Pflanze! Junge, die fängt mich nicht! Lass! Ich sag's dir! Guck mal! Du musst auf die Waffe vor ihr fallen! Guck, er fängt mich nicht! Nein!... Du musst auf die Waffe vor ihr fallen, indem du Oh... das war's! Zum Glück ist es zu Ende jetzt, ey. Oh mein Gott. Bin ich durchgekommen? Oh, so. Ja! Oha, sind es viele Brote hier. Gib uns einfach Brot. Gib uns einfach Brot. Wieso ist hier eigentlich Brot? Weiß ich nicht. Das ist... Das waren die Tauben bestimmt. Da. Nein, nein, dieses Brot. Hä, das Brot schiebt einen aber vorwärts, gell? Manchmal. Oh, komm schon. Komm schon, schieb mich vorwärts. Oh ja. Oh ja. Oh Mist. Da hat es mich nicht mehr weitergeschoben. Und... Ich muss jetzt hier einfach nur gut schlagen. So. Durch. Oh nein. Wo bist du? Oh, da unten ist das Ziel. Okay. Let's go, let's go, let's go. Bleib stehen. Kleiner Golfball. Warum wackelst du so? Och man, ich mag das Spiel nicht. Du machst kein Spiel. Oh, es gibt... Das ist das elfte Hole hier. Wo bist du überhaupt? Oh lol, hast du neu angefangen oder wie? Ich musste. Juhu. Bist du hängen geblieben? Ich hab'n Triple Boogie gemacht. Och man, Junge. Nicht zu stark. Uh, out of time. Out of time. Okay. Da hinten ist es noch. Oha. Machst du hier wieder... All in one. Was? Ja. Nein. Das war aber krass. Ja, du bist halt... Weißt du, ich hab manchmal einfach... Ich hab manchmal einfach Glück. Das Einzige, was du manchmal machst, ist einfach nur durchballern. Weißt du? Ich baller die ganze Zeit durch. Einfach so ohne Taktik einfach reinhauen. Ich hab'n Par. Ich lehre nach dem Motto, wird schon. Und... Alliopp. Jetzt mach' ich den Lars gerade. Aber hier schafft man, glaub' ich, kein Hole in one. Oh mein Gott. Kann schon sein. Kannst du schon kriegen. Oh. Alliopp. Zack. Komm schon, Lars. Du schaffst es auch. Und, bist du drin? Nein. Komm, rinn das Ding. Rinn den Ball. Plopp. Nice. Sehr, sehr nice. Par. Par. Okay. Was ist das für eine? Hiya. Oha. Da hinten ist wieder so ein Ding zum Runtergehen. Ich glaub, das schafft man. Oh mein Gott. Oh nein. Alter, ich bin einfach out of map gegangen. Einfach so Tomaten und sowas, gell? Ja, Mann. Das ist eigentlich voll cool. Da hinten schwimmt auch einfach Schokolade. Könnte auch so eine Roblox-Obi sein. What the heck? Okay. Puh. Was ist das hier? Halt echt eine Roblox-Obi. Hiya. Oha, Alter, hier. Oh, ist schon wieder Pflanze. Wurdest du auch gefressen? Alter, man sieht gar nichts, wenn die einen frisst. Hey, bin ich schon drin? Hey, wo bist du jetzt? Hast du schon gewonnen? Wird ich das? Ich wurde jetzt rübergebracht gerade. Nee, du bist da an der Seite bei mir. Oha, was passiert hier? Nein. Bitte, 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 bitte. Ich komme auch nicht hoch. Oh nein. Hä, rollen wir jetzt die ganze Zeit runter, oder wie? Nee, ich glaube, wir kriegen jetzt hier einen Boost. Hey, ich komme da nicht hoch. Oh nein. Ich glaube, wir bleiben hier hängen, Mann. Ich mache ein Reset. Ah, jetzt. Ah. Ja, Lars, du musst einfach... Oha. 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 Was ist hier gerade passiert? Lars, zieh volle Kanone durch. Bis zum geht nicht mehr. Maximumkraft. So kann es auch enden. Oh nein. Der arme Golfball. Oha, 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 oha. In der letzten Sekunde, oder was? Nee. Alter. Hä? Du hast so ein Checkpoint dazwischen gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Hui. Woppa. Und nicht getroffen. Ich möchte ein Hole in One mal endlich mal schaffen. So. Aber hier wäre es auch, glaube ich, wieder machbar, ein Hole in One zu schaffen. Aber irgendwie wird es nichts. Es sind nur noch drei Löcher. Juhu. Woppa. Ich bin drin. Und da kommt nicht Lars. Wird Lars das Paar schaffen? Da kommt nicht Lars. Da kommt nicht Lars. Und drüber, Lars. Du bist echt der Meister im Buddy-Hop einfach. Und Schnitzel-Hop. Alter, als ob. Da hat dir das Baguette einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gib uns einfach Brot. Oha. Oha. Da warst du gerade sauer. Da warst du sauer. Da hast du gerade einen Schlag gemacht. Uh. Ganz behutsam. Ganz. Wollen wir auch mal Golf in Real Life spielen? Ich hab Bock irgendwie. Also so Mini-Golf oder sowas. Lass mal Mini-Golf-Challenge machen. Mini-Golf-Challenge. Oh, das Ziel ist da drin. Okay. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich bin halt einfach wirklich unten. Das war richtig. Nein, ich bin so dumm, Mann. Ich mach die ganze Zeit so dumme Schläge. Oh, ich bin so blöd. Okay. Alles gut, Roman. Bleib ruhig. So. Renn das Ding. Ich hab sogar extra die Karte, äh, observiert. Damit ich da nichts falsch mache. Roll. So. Ich glaub, ich mach hier einfach so einen großen Schlag. Oha. Ich war eben hier unten. Nice. Das ist falsch. Ja, du musst da drum herum. Du musst da so drum herum. Bleib doch stehen, du Golfball. Yeah. Woo. Double Boogie. Ich weiß nicht, was ein Double Boogie ist. Gib einfach viel, nicht volle Pulle. Nein. Nicht Lars schreibt. Nein. Ja. Vielleicht. Lass mich. Wie schreibst du? Hallo. Enter. Äh. Aber ey, der bleibt halt einfach nicht stehen. Oh Gott im Himmel. Ich hol mir jetzt einfach die Dings. Wollen Sie meinen YouTube-Channel abonnieren? Bitte. Da ist er. Da macht er jetzt keine Späßchen mehr. Der 16er, der hebt sich schon hoch. Lars holt die Kraft. Er nimmt all seine Power und macht einen Bunny Hop. Ich hab mal Dings. Ich hab mal jetzt aus einer anderen Perspektive geschlagen. Das war ganz anders jetzt mal. Ah, okay, okay. Oh, da macht er nochmal einen Bunny Hop. Wird er nochmal einen Bunny Hop schaffen? Wird er nochmal einen schaffen? Oder die Zeit ist abgelaufen. Ich hab sogar einen Erfolg bekommen. Echt jetzt? Für. Oh, wow. Alter, ich find das so krass, wenn man so hoch fliegt. Oh, da ist wieder Baguette Time. Oh mein Gott. Bitte. Oh nein, ich bin so dumm. Bitte bleib stehen. Oh Mann. Ich bin so schlecht. Okay, passt. Ich glaub, man muss wieder zu der Pflanze. Die wartet da vorne schon wieder. Komm schon, kleine Pflanze. Oh mein Gott. Alter, was? Oh, jetzt. Sie hat mich doch gefangen. Ich hätte niemals gedacht, dass sie mich fängt. Wow. Okay, man muss einfach nur zur Pflanze durchkommen. Dann wirft die dich eigentlich schon fast. Und let's go. Juppie. Par. Oh. Schaffst du es direkt rein? Nee. Okay. Puh. Jetzt nach dem kommt nur noch ein einziges Loch raus. Bist du bereit, oder was? Oh, oh. Das finale Hole. Wird es ein Hole in One? Das ist, glaub ich, das letzte. Hä, wo muss man überhaupt hin? Zur Pflanze wahrscheinlich. Tju. Ja. Hä, nee, doch nicht. Tju. Friss mich, Pflanze. Hä? So schnell gemacht. Oh mein Gott. Ich bin am Ziel. Mann, ich flieg da immer vorbei. Oh Mann. Wie hast du das denn gemacht, war es? Och Mann. Ja, ich bin einfach übers Ziel drüber geflogen. Jetzt. Jetzt hat er mich auf. Ja, mich nicht. Schmeiß mich. Oh, ja, 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 ja. Ripp, Mann. Ich bin einfach, oh mein Gott. Komm schon, jetzt hier an die Wand. Puh, das letzte Loch, das letzte Loch. Gimme, gimme, gimme dat letzte Loch. So. Blup. Nein. Er frisst mich einfach nicht mehr. Ja, mich hat er auch voll lang nicht mehr gefressen. Du musst ihn nur mögen. Du musst ihn streicheln. Oh, yeah. Ah. Das war's. Oh, ich habe einen neuen Hut unlockt. Das. Habe ich einen Sombrero als Gewinner bekommen. Klasse. Ja, das siehst du mal. Nächstes Mal wird besser. Du hast halt zweimal Hole in One geschafft. Das habe ich nie geschafft. Aber bei dir sind dafür mehr rote Zahlen. Naja, nicht schlecht. Meine werten Damen und Herren, falls ihr eine weitere Folge Golf sehen wollt, mit Lars, dann schaut euch einfach die anderen Golf-Folgen an. Die es noch gar nicht gibt, aber die es noch geben wird. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.